Musik Die Grenzler Musik Das Radhaus ist im Bau Musik Schichtwechseln bei Norte mehr Sie hat noch keine Ampel Schichtwechseln bei Norte mehr Schichtwechseln bei Norte mehr Der alte Kiosk mit der Persienruhe, heute Ottolus, damals früher auf dem Ungarnweg. Der Wochenmarkt, 1955, es gab noch nicht mal Eierkartons, das werden Sie gleich sehen. Eier in Tüte, Zwicker beim Söhnen, die Lutherkirche ist noch nicht fertig, die bauen da noch dran. Das ist einfach großartiges Material, was es sich lohnt, tatsächlich zu erhalten und aufzufinden und zu bewahren. Das ist die alte Schweizer Kirche mit dem alten Turm der großen Kirche und der Ruine. Das neu gebaute Gymnasium für Jungen, wo Otto Malkus gewesen ist. Das war in der Zeit. Jetzt beginnt eine ganz kleine politische Geschichte und da gibt es gleich eine wunderbare Perspektive, auf die Sie hinweisen würden. Also man sieht an dieser Stelle, das waren richtig Leute, die mit großer Ambition diese kleinen Geschichten auch erzählt haben. Und es gibt eine Tonspur zu diesem Film und es gibt Fragmente, die liegen momentan im Stadtarchiv. Die müssen wir aber wieder zusammenführen, um sozusagen den Film wieder original zeigen zu können. So und achten Sie jetzt gleich mal darauf, wenn dieser Junge losgeht, wo er nachläuft. Der startet. Und wissen Sie, wo das ist? Das ist die Auricher Straße, aber damals ist sie quasi noch die Auricher Allee. Wir kriegen gleich einen Sprung. Und zwar... Jetzt, das ist die Auricher Straße in den 60er Jahren, zweispurig mit Bäumen. Das ist das, was man dann in den 70er Jahren komplett weggehauen hat. Hier die Kirche auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Kirche fahren, Mahlstädel. Wo wir Schlagshane gekauft haben, ne? So und erst beginnt ein frühkindliches Trauma, meine Damen und Herren. Schauen Sie hin oder halten Sie Ihren Kindern die Augen zu? Aber alles nimmt ein gutes Ende. Jetzt gucken Sie auch wieder auf die Perspektiven. Das ist einfach großartig. Weil wir sehen, wie sich in den letzten 50, 60, 70 Jahren diese Stadt nach der Zerstörung auch schon wieder gewandelt hat. Wir sind also jetzt auf dem Tiefrichtung von Woldhusen. Stadtgraben. Hinten die Lutherkirchen. Und das ist die alte Woldhuser Brücke. Links Tortenburg. Drei Brücke. Brücke rüber zum Tiefrichter Tief zum Gymnasium für München. Kabin. Und das ist diese Stadt zum Kinsch approacht. Und das ist auf dem万 rationalen Fußballklomp müssen. Taschung. Und das ist die tightly da, die Menschen die Gelegenheit wird. Drei Brücke. Und das ist die erste Jude vom Zerstör're.